Dieses Video soll dazu dehnen, ob man hier einfach die Bewertungssystem wieder umändern kann. Man sieht ja hier zum Beispiel, also die Aufrufe egal, hier zum Beispiel, man kann jetzt hier im Moment nur Daumen nach oben und Daumen nach unten machen. Aber ich würde sonst hier einfach dann mal so ein Art Bild machen, wie man das sonst haben möchte. Also früher gab es jetzt hier Sternenbewertungen, die würde ich gerne auch haben wollen. Von daher werde ich erst mal zeigen, wie das dann wieder aussehen soll, dass YouTube das vielleicht wieder einführen soll. So soll das dann aussehen. Und zwar sieht man hier, kann man einklicken, ein Stern, sehr schlecht, dann schlecht, durchschnittlich gut oder sehr gut. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Das soll unten dann noch angezeigt werden, die bisherige durchschnittliche Bewertung. Wer das will, Daumen nach oben, wer nicht, Daumen nach unten. Du hast dann noch nicht sanctioned. Du hast dann noch nicht gut Good. Und dann kann man hier noch besser eher woher sein, über zwei sind. Jetzt kommt ein bisschen raus.